Herzlich Willkommen zum WTT Young Leader Award 2019. Es ist mir eine grosse Freude, so viel menschliche Intelligenz vor mir zu sehen. Ihr liebe Studentinnen und Studenten wisst, was es heisst, Sie zu freuen, dass man hier oben steht. Der Winner WTT Young Leader Award in Marktforschung, St. Galler Kantonalwand. In Managementkonzeption, Team für Braunwalde! Also, du hast ja dabei, den BLK 247. 27. Wie auch immer, es ist einfach so. Schönen Abend, herzlichen Dank und auf Wiedersehen! Dankeschön!